Wrestlemania 38 ist gestartet, Wrestlemania Raw ist in den Büchern, es folgen Dienstag Wrestlemania NXT, am Mittwoch dann Wrestlemania Dynamite und am Donnerstag Wrestlemania Germanys Next Topmodel. Germanys Next Topmodel, den hast du versagt. Da ist egal, Madcap Moss endlich bei Raw. Darf ich jetzt auch einen Witz raushauen, genau wie der führte gerade, wir fangen nicht nochmal an. Ja, pass auf, Madcap Moss Witz. Nach einem schrecklichen Unfall. Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Ja klar, ich hab ja auch die Arme akzeptiert. Wrestlemania Raw wird zum Friseursalon. Bianca Mann R schneidet Becky Lynch die Haare ab und tut mit der Schere das, was Tobi längst nach dem Weihnachtskriss hätte tun sollen, diesen Papp-Pumuckl-Hook endlich einen Kopf kürzer machen. Genau das und das eine und andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert und ohne Fehler in der Spotfight Raw review. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Monday Night Raw goes Wrestlemania und damit starten wir mit der ersten Wrestlemania Raw der Welt in die 38. Wrestlemania Week aller Zeiten. Die letzten Sträubchen an der Karte, die werden gedreht. Der eine, der kriegt seinen Match, der andere kommt zurück und wieder andere laufen Gefahr, zu den knapp 44% zu werden, deren eher in den USA leider, leider früher oder später geschieden wird. Aber so weit sind wir noch gar nicht, da reden wir gleich drüber. Vielmehr sind wir jetzt weit genug, um uns meinen heutigen Gast zu widmen. Der hat gerade schon versagt, also es kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen heute. Diesmal ist es der Rick Steiner zu meinem, Scott Steiner. Ich grüße den Mann, der als Dinosaurierkopf irgendwann mal im Büro von Vince McMahon hängen wird. Ich begrüße den, den Flöter mit. Oh eh, hallo Flöter. Ein wunderschön, was auch immer. Schön, dass du mich immer noch als Gast bezeichnest. Ja, ich mache den Bums jetzt hier schon ein Jahr lang. Meine Herren, ja, es ist hier. Ich moderiere. Du moderierst bei SmackDown, ja. Bei SmackDown, mein Lieber. Also, WrestleMania SmackDown am Samstagmorgen, ja. Da bist du mein Gast und danach beenden wir unsere Karriere, weil dann ist WrestleMania aber kein Bock mehr drauf. So, nee, das stimmt gar nicht. Wir haben Lust auf WrestleMania. WrestleMania Woche ist gestartet. Ich habe gestern schon ein bisschen gestreamt. Ich habe Spaß. Die Leute haben Bock. Die Leute haben Bock. Man muss nur so tun, als wäre es geil. Ja. Und da gibt es jetzt noch diese Raw-Folge davor. Okay. Jeder hat gewusst, ja, eine zu viel, vielleicht sogar zwei oder drei. Man weiß es nicht, aber wenn man da WrestleMania davor schreibt, ist es ja schon mal drei Sterne mehr. Mein Lieber. Instant. Ja. Neun von fünf haben wir ja gelernt. Ja, klar. Also, war schon ganz gut. Was machen wir denn jetzt eigentlich mal Werbung? Wir machen ja, also, du warst übrigens bei Rampage, ne? Ja, bei euch wirklich. Du warst bei Rampage und auf einmal sind nur noch 400.000 Zuschauer. Ich bin jetzt bei Dynamo. Mal gucken, was dann passiert. Uiuiuiuiuiui. Das wird ja die große WrestleMania-Woche bei uns. Wir sind überall. Team WWE breitet sich aus über alle Plattformen, über alle Plattformen. Ja, ich würde sogar Nachstatt machen, wenn wir den hätten. Diese Woche haben wir aber nicht. Ich würde Hauptkampf machen, haben wir nicht. Ansonsten bin ich quasi überall dabei. Mein Booking-Video, das eine, das Gute, das Ehrliche, das Anständige, das haben wir schon auf dem Kanal hochgeladen. Hört euch das nochmal an, wie ich WrestleMania wirklich booken würde. Das andere kommt irgendwann, vermutlich Mittwoch, vielleicht später. Das ist unser Fantasy-Booking. Da habt ihr ja tolle Vorschläge gemacht letzte Woche bei Raw und SmackDown. Da waren ja ganz, also, so tolle Sachen dabei, die sich auch überhaupt nicht kneifen oder so. Also, ich glaube, ich hätte das ein bisschen einschränken sollen. Also, Roman Reigns hat, glaube ich, fünf Matches oder so, aber das kriege ich irgendwie hin. Ich muss das irgendwie booken, da gehen wir durch. Das wird dann der Wahnsinn, Herr Flöter. Follst du dich? Ja, das ist ja gar kein Thema. Du machst einfach ein bisschen mehr. Du machst den Filter, ja, und sagst alles, na, machen wir nicht. Mach mal so, wie ich das mache. Schon seit 48 Jahren mindestens. Aber ist ja nicht so schlimm, ja. Neben den ganzen Podcasts, die wir machen, es sind ein paar diese Woche. Ja, okay, okay, okay. Und vielleicht sind wir beide auch überall irgendwie mit drin. Ja, vielleicht auch das, ja. Kann passieren. Wem das aber noch nicht reicht, ja, der kann uns auch noch zugucken, wie wir das Ganze gucken. Nämlich die ganze Woche über bei twitch.tv slash Herr Flöter mit OE geschrieben. Da gucken wir zum Beispiel Sam Deliver, da gucken wir die WrestleManias, wir gucken SmackDown, wir gucken die Hall of Fame und wir gucken Raw Aftermania und dann machen wir noch einen Outfit Stream. Da ist der Tobi noch mit dabei. Viel machen wir jedenfalls. Wir sind nur online quasi. Und wenn nicht, dann nehmen wir gerade Podcasts auf. Du wolltest eigentlich noch so eine zweite Bauchbitte darüber. Werbung in eigener Sache müsste dann da stehen. Da wäre das, glaube ich, naja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir haben 448 Patreons. Der Monat neigt sich zu Ende noch zwei, drei Tage. Also wenn wir jetzt, also wenn ihr wollt, dass dieses Ding hier komplett abkommt, schnippe die schnapp. Da war ja heute auch was in der Raw-Folge. Wenn es schnippe die schnapp geben soll, also zwei, ich glaube, diese zwei kriegen wir noch hin. Und es ist kein, ja, tu und so. Es ist auch kein Schisch und kein, ne, sondern Patreon macht ihr. Spotify Podcast. So, ja. Man muss dazu sagen, ja, wenn man jetzt Patreon wird, ja, zahlt man natürlich nur anteilig diesen Monat. Also deswegen macht euch da keinen Kopf. Nicht, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt für den kompletten März nochmal den vollen Preis. Nein, es ist anteilig. Ihr könnt aber, ihr könnt natürlich, ihr könnt natürlich auch für ein komplettes Jahr gleich machen. Das ist gar kein Thema. Am besten 15 plus, ja, 15 Euro plus im Monat. Das ist ja gar kein Ding, ja. Wenn nicht, dann macht ihr halt drei. Das ist auch okay. Ja, wir lieben unsere MVP. Ein letztes habe ich noch. Dann können wir da noch irgendwie in unsere Tagesabläufe gehen. Tippspiel habe ich jetzt tatsächlich, bin ich noch so gar nicht zugekommen. Also wir haben wirklich viel zu tun gerade. Ich book auch gerade ziemlich viel, aber das kommt jetzt. Also heute Morgen irgendwann, also dann werdet ihr auf Patreon, die Patreonisten, Patrons, wie heißen die, die dürfen dann mittippen, WrestleMania 2 nicht. Das ist unser Saisonabschluss. Danach wird groß abgerechnet. Ich hoffe, der Tobi gewinnt nicht. Der ist leider sehr, sehr gut dabei. Ja, aber ihr tippt, also spätestens mit der Rampage Review ist diese Kart final. Wir werden nicht SmackDown abwarten, weil SmackDown halt kurzfristig, also zu spät kommen, dann wenn die erste Nacht schon Samstag ist. Was jetzt da ist, ist da. Wenn bis zum Erstellen noch was angekündigt wird, okay, das ist noch drin, ansonsten nicht mehr, dann ist Feierabend. Also soweit ihr da was seht, ist das dann final, genau. Und bitte, wir haben kaum noch Plätze frei. Meldet euch nicht an, wenn ihr keine Patrons sind. Dann müsst ihr euch das alles wieder rausfiltern. Wirklich nur, wenn ihr bei uns dabei seid. Ja. Und da müssen wir erwähnen, ja, Marcel, ich weiß nicht, wie du es löst, ob es am Ende ein Tippspiel ist, Spieltag oder ob es zwei sind. Zwei Spieltage. Sind zwei Spieltage. Dann der Hinweis da, die Kick-Off-Shows beginnen diesmal zwei Stunden vorher. Also bis zwölf Uhr könnt ihr tippen. Also bis null Uhr nachts am Samstag und Sonntag. Da müsst ihr es abgegeben haben. Wer dann nicht drin ist, weiß ich auch nicht. Grüße gehen raus an TJ und Maxa. Die freuen sich dann. Ich weiß gar nicht, die machen vier Stunden Kick-Off-Show insgesamt und schaffen es aber trotzdem nicht, so eine Battle Royale, Anreise Giant Battle Royale draufzupacken. Aber das ist, kommen wir gleich zu, werden wir gleich reden. Erstmal habe ich noch eine einzige Frage an dich, Herr Flöder. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Jetzt habe ich zu wenig Luft geholt. Kommt nochmal vor. Ja, selbstverständlich weiß ich das. Heute ist Dienstag, der 29. März und das ist bekanntlich der Dienstag vor WrestleMania. Das ist bekanntlich der Dienstag in der WrestleMania-Woche. So, Punkt. Und jetzt habe ich gute Laune, weil ich habe Bock auf WrestleMania. Das ist der Dienstag vor WrestleMania, Germany's Next Topmodel. Darf man auch nochmal sagen. Das hast du komplett. Das war der beste Witz, den wir je gemacht haben. Ja. Naja. Ja, wobei, man muss ja sagen, das ist auch der Dienstag nach WrestleMania Love Island. Ja, das muss man auch sagen. Also, das kann man leider verpassen. Du machst es noch ein bisschen im Flow drin. Ja, sicher. Nein. Es ist heute der Tag des Zitronenkuchens. Ich habe aber leider keinen da. Sondern, heute hat Michael P.S. Hage Geburtstag. Äh, Haze. 63 wird der. Doc Hendricks. Und weil es heute so viel um Steve Austin ging, möchte ich den weniger bekannten Teil, der C360-Promo, mal gerne kundtun. Der stammt nämlich von Michael P.S. Hage, der damals das... Ich sage, wieso sage ich immer Hage? Der heißt Haze. Ja, der hat damals das Interview geführt mit Steve Austin zu dieser legendären Promo. Ich zitiere, The Forced Prestigious King of the Rings, Stone Cold Steve Austin, an incredible victory. Dieser Teil wird viel zu oft vergessen bei der großen Promo. Michael P.S. Hage, herzlichen Glückwunsch. Ich habe schon wieder Hage gesagt. Und Herr Flöter hat ein tolles Shirt an WrestleMania. Ja, ich habe extra meinen Austin-Shirt wieder rausgeholt. Das ist ein Unikat. Das gibt es nur zweimal auf dieser Welt. Ja, aber dich gibt es nur einmal für mich. Wir fangen an mit Block 1. Wir gehen in WrestleMania Raw rein. Ja, ja. Es geht rasant los, denn es kommt kein anderer als Brock Lesnar. Diesen Block habe ich genannt. Brock Lesnar in freudiger Erwartung. Er kommt raus. In Pittsburgh sind wir. Er hat Cowboy-Hut auf natürlich. Wie immer. Träubchen mittlerweile gut verdaut. Ja, ein Brock Lesnar, der kann das natürlich. Michael Cole ist auch da. Also wenn wir schon WrestleMania Raw haben, dann lässt sich natürlich Michael Cole auch nicht zweimal bitten. Brock Lesnar erklärt jetzt Roman Reigns einfach mal seinen Gameplan. Er sagt selber, ist eigentlich blöd, aber irgendwie muss das jetzt auch raus. Der Witz ist, es geht zurück nach Suplex City. Das ist der Plan. Beste Laune hat er. Top-Mutter. Boah, ist der am Grinsen, am Lachen. Besser geht es gar nicht. Und er sagt uns das schöne Bildnis. Unsere beiden Gürtel, sie werden heiraten. Ja, nicht die einzige Heiratung übrigens. Hochzeit. Werden wir gleich sehen. Und die werden dann einen Universal-Title als Baby kriegen. Und ich kriege dann das Sorgerecht. Das war es im Prinzip auch schon. Also bester Opener eines WrestleMania-Raws aller Zeiten der Flöter. Und es war drei Minuten oder so? Vier? Ja, sowas. Ich korrigiere gerne. Ja, an der Stelle. Er hat natürlich gesagt, ein Unified-Title wird das Baby sein. Nicht der Universal-Title. Der ist ja schon da. Das ist ja der Papa. Habe ich mir was drauf. Je nachdem. Richtig. Ja, hast aber nicht gesagt. Deswegen mache ich das. Gar kein Ding. Aber ist super, dass er da das Sorgerecht übernehmen will. Also einer muss es halt machen. Dementsprechend er bietet sich da an. Easy going. Nicht zu diskutieren. Hier, es ist halt ein Raw-Opening, wie man das halt erwarten kann. Zack, du schickst einen der großen Stars raus. Die Halle ist sofort da. Bumm. Hat funktioniert. Und der Lesnar, muss man sagen, an der Stelle wieder, also so gute Laune. Also er hat ja oft gute Laune gehabt. Aber so gute Laune wie diesmal in Pittsburgh hat er lange nicht mehr gehabt. Er macht sogar den Heyman. Ja, hey, welcome to Monday Night Raw. Macht er nie wieder, hat er gesagt. Ist auch besser so. Aber es war eigentlich ganz lustig. Und was ich auch ganz cool fand, während er den Gameplan da so erzählt, kommt immer wieder What-Chance auf. Ja, klar, Steve Austin und so ist immer dasselbe Spiel. Aber er reagiert halt geil, ne? Er sagt halt dann so sinngemäß, naja, mein Gameplan ist unter anderem aufs Maul. What? Ja. Genauso wie Steve Austin das machen würde. Bam! Zack! Schön aufgenommen. So macht man das. Ansonsten hast du alles gesagt. Also viel mehr Inhalt war nicht, aber es war trotzdem gut anzugucken. Es gab halt noch einen Zusammenschnitt von den Clips wieder mal was bei SmackDown. Und Madison Square Garden war bestimmt auch wieder dabei. Das ging halt schon allein fünf Minuten. Deswegen war das Segment selber mit Brock, war vielleicht drei Minuten, ja, aber am Ende waren es zehn gefühlt. Also das ist halt immer dasselbe Spiel. Also es war nicht so viel los. Einigen wir uns drauf, die haben einfach drei Wochen dieses Programm zu früh, nee, zu spät abgeschlossen. Naja, das Bergfest, was du erwähnt hast. Oder angefangen, je nachdem. Lass doch mal zum Vergleich direkt in Block 2 rüberdriften. Wir sind heute sehr flott unterwegs. Block 2 habe ich kreativerweise genannt Roman Reigns in freudiger Erwartung. Denn das Gegenstück dazu ist eine Stunde später. Das heißt also, unsere beiden Kontrahenten haben sich knapp verpasst. Ich denke, Brock Lesnar war zu diesem Zeitpunkt wieder zurück auf seiner Ranch. Der hatte bestimmt auch eine gute Laune, weil er gerade irgendwie einen Hirsch oder so erschossen hat. Ich weiß es nicht. Komplette Blattlein erscheint bei Raw. Die gehören da nicht hin. Aber ist egal. Es gibt jetzt eine Wildcard, weil wir haben ja WrestleMania Raw. Wir haben ja auch Michael Cole. Dann darf natürlich auch die Blattlein kommen. Und was hat uns Roman Reigns jetzt zu sagen? Und ich nehme es vorweg, mir hat diese Promo besser gefallen. Es hatte mehr Inhalte. Und es war eine der besten Promos, die ich von Roman Reigns gehört habe. Erstmal die Finger zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Das ist natürlich klar. Als Tribal Chief hat er jetzt alles erreicht. Das Einzige, was er nicht erreicht hat, und das bereitet ihm wirklich schlaflose Nächte, so wie du mir immer. Er hat Brock Lesnar noch nie bei WrestleMania geschlagen. Und er hatte zwei Anläufe und hat beide Male nicht gewinnen können, die Matches. Und das pisst ihn tatsächlich an. Weil bei WrestleMania 34 hat Brock Lesnar ihn so blutig geprügelt, dass ihn seine eigenen Kinder nicht mehr wiedererkannt haben. Und ich dachte immer, das wäre, nachdem er sich die Zähne gebleicht hat. Naja, er hat Lesnar, hat ihm schon den Rekord weggenommen. Er hat ihm sein Blut weggenommen. Und jetzt nimmt er ihm noch die Gürtel weg. Fand ich schön, tolle Promo. Ja, finde ich interessant, dass Ihnen noch eingefallen ist, dass ja damals 2018 was war mit Blut. Und dieses Coming for Blood, das haben sie ja nicht so richtig gespielt, die Nummer. Man hat es zwar immer wieder gesagt, auch diese Woche sagt man das wieder. Jetzt hat es einen Sinn. Ja, also jetzt hat man den Schluss noch gemacht. Ja, der Kammer mit dem Gabelstapler, das war auch in Ordnung. Ja, das ist halt jetzt kein Blut. Aber ja, grundsätzlich, ich gehe da mit, es war die bessere Promo an dem Abend. Generell, Gottmodus an, zack, ganz in Rot, Dressed in Success wird uns erzählt und dann kommt die halt da raus. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar das letzte Mal gewesen sein, dass wir die alle mit Titeln gesehen haben. Man weiß es ja nicht. Zumindest mit den Titeln. Vielleicht haben sie noch einen mehr demnächst, das kann ja auch sein. Aber ich glaube, das Visual wollte man nochmal haben. Dass die alle in Rot kommen, fand ich ganz lustig, weil ist halt Raw. Das kann man halt machen. Und er sagt ja auch, naja, ich habe halt Raw die ganze Zeit getragen, bis dann Fox gesagt hat, nee, komm, wir brauchen dich bei SmackDown. Dann habe ich halt da den Quoten nach oben getrieben. Geile Nummer. Ja. Auch er geht gut aufs Publikum ein, muss ich sagen. Also er kommt dann, ne, kommt irgendwann zu Black City, Clap, Clap, Clap Chance und er geht halt einfach drauf. Das ist schon clever. Auf die Watchance auch hier schön pariert. Hat er gut gemacht. Es war einer der besseren Promos. Die letzten Wochen haben wir immer gesagt, ah, da war wenig Inhalt bei Roman Reigns. Da war nicht so viel. Jetzt hat man zumindest ein bisschen was erklärt. Ich finde es schön, dass man die Vergangenheit aufgreift. Das nehme ich mit. Ansonsten mehr Inhalt ist halt auch nicht. Heyman genommen, Blut genommen. So, jetzt wieder den Titel haben. Zack, fertig, aus. Also beide sagen, im Endeffekt, ich gewinne. Was willst du auch anders machen? Es ist alles gesagt zu den Matchen. Es ist alles vorbereitet. Größer geht es nicht. Zumindest mit dem aktuellen Kader. Und da gebe ich denen auch recht. Dementsprechend spricht das für sich. Man hat beide nochmal gezeigt. Hat es aber nicht clashen lassen. Und das ist, glaube ich, an der Stelle für das Match auch sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da nochmal irgendwie aufeinander warum. Es muss ja auch gar nichts mehr vorbereitet werden. Weil, falls es nicht mitgekriegt, dass wir sind ja längst bei WrestleMania. Wir sind bei WrestleMania Raw. Was sollen wir jetzt noch vorbereiten? Das Show läuft ja längst. Es ist längst gestartet. Längste WrestleMania ever wird das. Joa, das war der Block. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr zu sagen. Die beiden, doch. Naja, gut. Er sagt halt am Ende noch, für mich war es immer persönlich, mein Lieber. Das hat der Lesnar heute nicht blicken lassen. Das war so ein bisschen der Aufhänger von der Brom. Das können wir vielleicht noch erwähnen. Er hat inzwischen durchgesagt, naja, der hat da gute Laune. Ich glaube, der nimmt es nicht so richtig ernst, wollte er damit sagen. Und er redet nur von wegen, das war persönlich für ihn, Masters immer. Und damit Buh und großes Abfänger. Da war nicht gesagt die letzten Wochen. Das war ja eher so. Hat er nicht gesagt? Ist ihm heute eingefallen. War ja rechtzeitig noch. Naja. Also wir lernen daraus auf alle Fälle bei WrestleMania findet Roman Reigns gegen Brock Lesnar statt. Also das ist immerhin ein Mehrwert gewesen. So, jetzt sind wir bei Block 3. Das ist jetzt wieder eine Stunde später. Bianca Belair in freudiger Erwartung. Ja, also es ist, es zieht sich so durch. Denn jetzt ist Bianca Belair wieder da. Die ist sehr schnell geheilt. Also letzte Woche war ja noch so ein Kehlenbruch und mindestens und sie konnte überhaupt nicht sprechen. Jetzt geht das dann doch wieder irgendwie sie. Aber sie hat kurz geräuspert. Sie hat es nicht ganz vergessen. Sie hat gemacht und dann hat sie angefangen. Ja, danach war es halt vergessen. Aber okay. Das Schlimme war, ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, die will jetzt wirklich wieder reden. Also das nächste Mal bitte mit dem Kehlkopf richtig durchziehen, Becky. Bitte. Ja, diese Promo, ich nehme es vorweg. Wieder so ein Ding. Leck mich am Arsch. Schwarzer Glitzerfummel hin und her. Da können die mir fünfmal sehen. Modern Day Superstar. Komm, hör doch auf. Das hatte wieder keinen Inhalt. Und so langweilig vorgetragen. Kein Punkt, kein Komma, kein Highlight. Das ist einfach so. Ja, 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 ja. Ja, und trotzdem hören wir nicht jede Woche bei der Review zu. Es ist halt so. Das Glitzer schwarz hast du erwähnt. Sie hat natürlich auch Bling Bling in die Haare geflochten. Ja, Kehle ist geheilt. Dann kann man auch wieder, und das war eben ein wenig kontraproduktiv. Sie hat halt ein enges Halsband getragen. Hätte man vielleicht sein lassen können, um diese Story zu erzählen. Es ist mir natürlich aufgefallen. Sie sagt uns, sie heißt natürlich nicht IST ohne Grund. Denn da bin ich wieder. Ja. Du, Becky Lynch, du hast alles versucht, um mich aufzuhalten. Hat ja nicht geklappt. Und dann sagt sie tatsächlich, ich gewinne. Genau wie der Herr Flöter das gesagt hat. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit dieser ganz tollen Probe, die von diesen drei, die wir heute gehört haben, tatsächlich die schlechteste war oder die schwächste. Becky Lynch kommt dann von hinten. Bam. Sie hat einen Stuhl mit dabei. Aber sie wird erst mal selbst attackiert. Also sie trifft sich so wirklich. Und ich habe gedacht, die sieht doch irgendwie anders aus, die Becky Lynch. Also irgendwie anderes Outfit sowieso. Das hat sie jede Woche. Aber irgendwie am Kopf, das sieht irgendwie anders aus. Klärt sich dann auf. Becky Lynch hat nämlich eine dicke Schere dabei. So wie ich das exakt gebuckt habe. Ja, ich möchte mal sagen, wie gut ich das gebuckt habe. Das wird aber, also sie möchten natürlich die Haare abschneiden von Bianca Belair. Wird gekontert in den KOD. Es gibt sogar einen zweiten KOD hinten raus. Weil, wenn die Guten das machen, dann ist das in Ordnung. Die Guten dürfen, die dürfen attackieren, die dürfen Moves machen. Völlig in Ordnung. Darf man machen. Naja, und dann nimmt sich Bianca Belair die Schere. Ei, 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 ei. Und dann schneidet Bianca Belair der Becky die Haare ab. Praktischerweise genau so, dass man noch eine Frisur draus machen kann. Daran nehme ich mir doch mal ein gutes Beispiel für WrestleMania. Ja, das ist das erste Mal, dass bei WrestleMania Haare abkommen. Ja, flöter, bevor meine Haare abkommen. Die haben sie mir, das ist der große Moment, den ich hatte. Den haben sie mir weggenommen. Becky Lynch, böse. Buh. Ja, hab ich auch genauso aufgeschrieben. Was auch ich hab aufgeschrieben? Zu lang, zu schwach. Also da ging's um die Promo, ja. Es ist halt wieder langweilig, bis Becky kommt. Becky kommt dann, aber die sagt nix. Das fand ich ganz interessant. Die sagt diesmal gar nix. Die kommt einfach mit Stuhl. Zimmert er den Stuhl ja auch über, ja. Und trotzdem, die ist ja so stark. Mensch, macht die zwei KODs fast auf die Schere, hab ich mir aufgeschrieben. Also das ist ja auch so ein Punkt. Da muss man ja, da lag die dicke Schere da offen, ja, mitten im Ring. Gar nicht so ungefährlich. Na gut, und das mit den Haaren dann, das ist ein absoluter Hildemuff. Die spinnt jetzt komplett, das sag ich, das ist für mich kein Faze. Das ist ein absoluter Hildemuff. Du kannst doch der Becky nicht die Haare abschneiden. Die Becky, die mögen wir so, wie sie ist. Eine Mutter. Ja, das ist eine Mutter. Die darf mal ranzige Haare haben, so wie jetzt diese Woche. Das ist in Ordnung. Das finden wir gut. So, und jetzt find ich's aber ganz lustig, ne. Man dreht's halt um. So, okay. Ich find's interessant, dass man wirklich kein Hair vs. Hair Match draus macht oder sowas. Oder Hair vs. Title oder irgendwie sowas. Das macht man offiziell nicht bisher zumindest. Vielleicht kommt ja noch irgendwie ein Social Media Clip, man weiß es nicht. Aber die Story ist halt jetzt dadurch nicht unbedingt besser geworden, wenn eine Art und Weise, wie sie vorgetragen wird. Wie gesagt, ich bleib dabei und auch diese Woche, das ist kein Abbruch, ne, gegenüber der letzten Woche. Immer wenn Becky da ist, ist es gut, ist es brauchbar. Ja, vielleicht ist es auch mal sehr gut. Bianca allein funktioniert für mich nicht. Und ganz ehrlich, ich geh hier wirklich nicht von dem Titelwechsel aus. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also mit diesem Aufbau kannst du Bianca diesen Titel nicht geben. Also, wenn die das machen, dann dann Riot. Aber wir gehen positiv ran. Ich glaube, das wird ein gutes Match, wrestlerisch. Die beiden können. Ja, das ist in Ordnung. Aber der Aufbau ist leider underwhelming, muss man so sagen. Also dann wird der Flöter dann komplett durchdrehen, wenn er mir irgendwie in den Gürtel holt. Eieiei, dann das werden wir live erleben und in den YouTube-Reactions natürlich. Ich habe es auch so gebuckt. Also, hört euch das Booking-Video an. Es wird alles exakt so eintreffen. Und dann ist das auch gut. Becky ist am Ende völlig losgelöst, natürlich. Also, sie hat fairerweise jetzt nicht so viele Haare verloren. Also, so ein paar Wüschel, okay, aber auch eher so unter und so. Also, ich weiß nicht. Ausdünnen heißt das, glaube ich. Ausdünnen wurde gemacht. Die wird jetzt bei WrestleMania wahrscheinlich einen neuen Haarschnitt haben. Und dann wird das ein toller Moment sein. Das ist in Ordnung. Aber schön ist der Schatten. Im Schock, ne? Weil sie sich die wieder dran kleben. Und die schaut, juhu, dieser. Das ist ja sowieso, ne? Bei Becky ist, ich meine, das sind sowieso Extensions wahrscheinlich. Von daher ist es wurscht. Also, da kannst du ja was draus machen. Das ist in Ordnung. Bei dem Zopf wird es ein bisschen schwieriger. Deswegen machen sie es da halt nicht. Aber man teast halt. Das ist schon okay. Sie sagt halt noch in der Promo danach, du Bitch! Also, die ist richtig fertig. Jetzt, die Becky. Also, das, das geht überhaupt nicht. Du Hündin, Entschuldigung. Ja, aber dieses Visual, die Kamera hält auch komplett drauf, wie sie da steht, mit zerzausten Haaren. Das fand ich geil. So sah ich heute Morgen aus, als ich früher aufgestanden bin, um Raw zu gucken. Und immer noch. Man wollte ja vorbereitet sein. Ja. Das auch. Das hat wunderbar geklappt. Ich habe sogar die Show auch geguckt. Von daher. Ja, das waren unsere drei Blöcke. Ging flott durch. Also, es war tatsächlich WrestleMania ist durcherzählt. Ja, jetzt wollen wir einfach nur noch die Matches sehen. Wir sind beim Rapid Fire. Zwei Hochzeiten und ein Omos-Fall. Habe ich aufgeschrieben. Sehr witzig. The Miz gegen Rey Mysterio ist angekündigt. Yay. Yay. Wir lieben vorweggenommene Einzelmatches in Tech-Matches. Und umgekehrt, habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt hat ja der Miz letzte Woche die Maske geklaut von Rey Mysterio. Daran werden wir noch mal erinnert. Vorher gibt es noch mal eine kurze Promo. Tolle Maske habe ich da weggeklaut, sagt er uns. Und die hat jetzt der größte Luchador der Welt. Ich dachte ja, das wäre Santos Escobar. Dachte ich, weil die Mysterios ja letzten extra zu NXT rübergegangen sind, um den aufzuhalten. Nein, es ist Lucha Logan. Lucha, Lucha. Lucha Logan. Könnte auch ein Pornostar sein. Lucha Logan mit seiner long-lasting Libido im langen Lulatsch. So habe ich auch geschrieben. Ja, Lucha Logan macht dann auch einen Ratschlag und hat die Maske auf. Buh, hassen wir ihn. Daher nicht. Die Mysterios kommen dann dazu. Die wollen gerne ihr Eigentum zurück. Das ist in Ordnung. Dominik wird vom Ref des Feldes verwiesen. Der muss raus. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt, warum. Ich nehme es aber so hin, wie es ist. Match ist ziemlich genau das, was ich vorgestellt habe. Und Miss, der alte Nimmersatt, will dann wieder die Maske klauen am Ende. Mysterio gewinnt. Dominik kommt dann wieder zurück. Die Maske gibt es wieder zurück. Alles gut. Double 619 an Miss. Double Frog Splash auch noch. Und eigentlich, habe ich mir gedacht, habe ich jetzt alles gesehen. Also im Prinzip brauche ich dieses Match nicht mehr. Ja, ich habe mir auch geschrieben. Oh, ganz clever eigentlich, weil die gehen im Kommentar noch drauf ein. Ja, vielleicht geht es dann um die Maske für Dominik. Der will sich hart erarbeiten. Blablabla. Machen die alles nicht. Maske wieder zurück. Ist eine Hortung. Wir machen exakt das Gleiche. Kurze Match. Ja, Match ist Gott sei Dank sehr kurz. Also dementsprechend da hat man nicht viel gezeigt. Generell gilt das für die ganze Show. Man hat nicht viel rausgehauen diese Woche. Was auch sinnvoll ist. Aber warum machen sie das Match dann vorab? Naja gut, ist egal. Das Highlight und das muss man einfach hier herausstellen, ist halt einfach Lucha Logan. Ja, also egal kommt der denn mit dem Ratschlag da in die Halle. Das habe ich gefeiert. Und ich habe ja auch diesen Promo-Clip gesehen, der leider nur in Social Media lief. Ja, Lucha Logan da trainiert. Ja, im Performance Center. Ich sage euch, das wird ein Highlight. Der Typ wird rausfeuern. Ich bin mir sicher und wenn das jetzt wirklich schon länger der Fall ist, dass das jetzt nicht so ein Promo-Ding war und so sah es mir nicht aus. Der hat einen Frog-Splash geübt. Der sah richtig geil aus. Der hat einen Leapfrog gesprungen. Da könnten manche andere sich was absteigen. Dominik zum Beispiel. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie sie den darstellen. Ich glaube, das wird ein Highlight werden bei Wrestlemania. Ich glaube, dass das Bad Bunny Vibes annehmen könnte. Und man muss auch sagen, als dann der Mr. so ein bisschen abgefertigt wird, da ist ja der Lucha Logan. Der hält sich ja da raus. Er sagt, ne, da ist ja Wrestlemania am Wochenende. Da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Keinen Bock. Lass den doch aufs Maul kriegen. Es ist viel vorbereitet für einen Faceturn für Lucha Logan. Das muss man auch sagen. Also können wir vorstellen, am Ende stehen die Serios mit Logan da und feiern sich eins. Und dann ist der große Schulterschluss mit seinen ehemaligen Lieblingsstar wieder da. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das das Ziel sein könnte, durch eine coole Performance im Endeffekt den Over zu bringen und dann einen Turn zu machen. Und Miss ist halt der Depp. Aber das ist seine Rolle. Dementsprechend ist das in Ordnung. Mehr war aber auch nicht drin hier. Mehr war hier nicht drin. Hast du verstanden, warum Dominik rausgeschmissen wurde? Weil der schon wieder wuschig wurde. Hast du das nicht gesehen? Der wurde wuschig. Der wollte doch schon wieder aufs Maul haben. Hauen vorm Spiel, äh vorm Spiel, vorm Match. Da hat er referiert. Aber die anderen doch auch. Nein, die haben uns reagiert. Was frage ich überhaupt? Ist es Rapid Fire? Ich darf gar nicht fragen. Kommen wir zu einem besseren Segment. Seth Rollins, der ist ja praktisch jetzt am Boden angekommen. Ganz, ganz weit unten. Ja, WrestleMania ist komplett vorbei. Ja, freies Wochenende möchte der auch nicht haben. Ich fände es eigentlich ganz cool. Je mehr WrestleMania auf uns zukommt, desto cooler wäre das doch eigentlich Seth Rollins. Nicht. Nee. Hieß ja letzte Woche, dass Raw erst starten kann, bis Seth Rollins sein WrestleMania-Match hat. Also vorher geht das gar nicht los. Und da WrestleMania doch losgegangen ist an der Stelle. Können wir ahnen, dass vorher was gewesen ist. Das wurde vorher auch schon auf YouTube gezeigt. Vince McMahon hat nämlich morgens schon für neun Uhr ein Treffen anberaumt. Hat ihn eingeladen, den Rollins. Und Rollins ist sogar schon um sieben Uhr da. Vorbildlicher Mitarbeiter. Hat natürlich zur Folge, dass der jetzt noch zwei Stunden in Stamford-Connecticut auf der Couch sitzt. Hat er gemacht. Dann geht's rein. Vince schreibt noch irgendwas mit dem Bleistift auf. Wahrscheinlich für Austin Theory. Füße macht der Rollins. Füße auf den Tisch von Vince McMahon. Wie? Also das ist ja mal sowas von das. Nee. Gehst doch nicht zu Vince McMahon ins Büro und Füße auf den Tisch. Und Vince McMahon sagt, ja frag mich doch einfach, wenn du ein Match haben willst. Weißt du? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man ein WrestleMania-Match bekommt. Man kann oft das WrestleMania-Zeichen zeigen. Man kann sagen, ich hab ein WrestleMania-Match. Oder man fragt Vince McMahon. Das sind im Prinzip die drei gängigen Methoden. Nichts davon hat Seth Rollins gemacht. Ja und wenn du eins haben willst, sagt Vince, ja, WrestleMania kann ja nicht Stupendous werden ohne Seth Freakin' Rollins. Du bist dabei. Na klar. Gegner wirst du natürlich erst erkennen, wenn du im Ring bist. Da wird groß geteast. Da bin ich echt mal gespannt. Uiuiui. Wer das nun werden könnte, aber Seth Rollins in Nacht 1 hat tatsächlich ein Match. Ja und lustigerweise sagt Vince sogar sowas wie, na eigentlich gehörst du in ein Main Event bei Mania. Fand ich interessant. Also die Unterhaltung war schon sehr lustig. Also Seth Rollins erwartet jetzt, dass er gefeuert wird unter anderem. Ja. So wie machen wir es jetzt? Bin ich suspektiert? Kriege ich eine Strafe? Oder ja, feiert! Ne. Das ist doch gut. War schon lustig. Also Vince sehr entspannt unterwegs vor Mania. Also der hat seine Hausaufgaben gemacht mit einem Bleistift. Das ist offensichtlich der Fall. Der hat übrigens immer noch kein PC da stehen. Der hat bloß einen Monitor im Hintergrund stehen. Vorsicht halber für Video-Rekorder wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Naja. Ich habe den Clip vorher schon gesehen gehabt. Geht fünf Minuten oder sowas. War ganz lustig. War ganz unterhaltsam. Man hat damit erklärt, warum es doch stattfinden durfte. dementsprechend. Okay. Wegen mir. Und es ist ein sehr simpler Aufbau. Muss man auch sagen. Also es passiert jetzt genau das, was wir erwarten. Wenn jetzt der Swerve kommt, dass sie jemand anders rausschicken. Geil. Ja. Fuck die Fans. Riecht dich ab, bitte. Ja. Schickt da, keine Ahnung, den Fiend raus. Schickt da Braun Strowman raus. Irgendeinen, den keiner sehen will. Ja. Das wäre super. Und dann nicht Cody. Cody, Cody kommt erst am Montag. Das wäre richtig geil. Bitte macht das so. Ja. Ich grenze Haterlines in den Kommentaren und auf Twitter. Ich will sie haben. Gebt mir die, bitte. Mach das. Ansonsten ist es halt sehr, sehr dünn. Die Story, weil es ist eigentlich null und nichtig, was die Wochen davor passiert ist. Es ist komplett egal. Es ist komplett egal, ob der Match ist verloren oder die ganze Zeit. Der kriegt jetzt einfach sein Match. So, hätte doch einfach mal gefragt. Zumindest hat man es logisch erzählt. Logisch heißt aber nicht unbedingt gut. Und das Radnotiz mitschwingen. Naja. Vince McMahon holt T-Bar raus bei WrestleMania. Das wäre schön. Doch, da würden sich alle aufregen. Das fände ich auch toll. Naja, mal gucken. Omos gegen die Viking Raiders ist jetzt. Ich weiß nicht, warum es ist, aber es ist wieder ein Handicap-Match. Anders kriegt man den Omos nicht bezogen, weil sie sich mitgekriegt hat. Omos, der ist ziemlich groß. Die Wikinger, die raiden. Freitag, haben sie gesagt, in der prestigeträchtigen Andrey the Giant Battle Royal, die so prestigeträchtig ist, dass man sie in vier Stunden Kick-Off-Show nicht unterbringt. Match ist auch toll. Match ist toll. Omos, der gibt dem Erik einen drauf. Ganz übel. Der fällt auch ziemlich blöd hin. Rollt raus. Ist vermutlich verletzt, so habe ich das vermutet. Deswegen wird er ausgezählt. Ten Count. Ich glaube nicht, dass das die Story war dahinter. Ivar kriegt dann auch noch einen Tritt hinten raus. Also einen einzigen Tritt, das reicht dann aus dann mit Ivar komplett. Der wird es dann jetzt schwer haben in der Battle Royal. Ich weiß nicht, ob er bis dahin wieder fit ist. Naja, mal schauen. Dann, bevor Omos jetzt im Interview sagen kann, wer jetzt sein nächster Gegner sein soll. Ob das jetzt ein Handicap-Match ist oder ein Handicap-Handicap-Match gegen acht Leute oder so, kommt Bobby Lashley raus. Bobby Lashley gibt sein Comeback viel früher, als erwartet. Ich habe mich gefreut. Nehme ich das Match für WrestleMania? Omos gegen Bobby Lashley ist fix. Und es wird auch perfekt aufgebaut für die ganz kurze Zeit, die es hat. Es gibt kurze Auseinandersetzungen. Lashley kommt nicht gegen Omos an, rennt sich zu Tode, rennt gegen ihn, kommt nicht durch. Dann rennen aber beide und sie rennen sich gegenseitig um. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass Omos in der WWE zu Boden geht und dann von Bobby Lashley. Ich finde das in Ordnung. Ja, also das Match selber, natürlich heute wieder mit Tagging, öfter mal was Neues. Heute war wieder mit Tagging angesagt, aber die kommen halt gar nicht dazu. Ich glaube schon, dass es so geplant war. Es war eine ganz normale Close-Line. Also die haben am Zeitpunkt noch mal gezeigt, da ist gar nichts passiert. Ich glaube, das war geplant und die wollten es genauso machen. Wenn ja, wenn das so geplant war, dann ist es zumindest eine clevere Lösung, um die Vikings nicht ganz dämlich aussehen zu lassen, dass die jetzt da das Handicap-Match gegen Omos verdient. Aber lustig war das Mischel schon. Also die Raiders sind ja jetzt auch nicht die kleinsten. Das sind ja auch stabile Jungs. Dann stehen die da gegenüber und der Omos ist halt einfach gefühlt fünf Köpfe größer. Ja, Lashley auch. Selbst gegen Lashley. Lashley genauso. Ja, ja. Genauso. So gesehen, wie gesagt, wenn das so geplant war, halte ich es für eine sinnvolle Lösung, um die Raiders nicht jetzt noch mehr zu begraben als ohne die Steuern. Dass sie mit einer Close-Line verliert und der andere mit einem Kick da nicht mehr reinkommt, das ist sinnvoll. Also... Das ist... Ja, ja, ja. Die waren ja gerade noch im Titel-Match, ne? Na ja. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber gut, da hören sie halt auch nicht hin. Ansonsten die Omos-Promo. Geil, ne? Also, dass der sprechen kann, finde ich super, ja. Gibt's hier jemanden, der Probleme bereiten könnte? Ne, gewinns nicht. Und dann kommt dann Lashley. Übrigens, da muss ich sagen, das fand ich geil. Also, man hat es damit geschafft, Bobby Lashley als Face zu platzieren, ja? Also, Lashley kommt raus. Zack. Pop in der Halle. Und kein kleiner. Also, das hat funktioniert. Dementsprechend, wenn Omos dafür gut ist, ja, okay, dann machen wir es so. Dann haben wir jetzt endlich unseren Face, Lashley. Okay. Und schön, ähm, das kleine persönliche Meinung, schön, dass er dabei ist. Freut mich für ihn persönlich. Ähm, und jetzt hat er gegen Omos ein Match. Ich hoffe, er darf gewinnen. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt so ein bisschen, weil Omos wird mir gerade zu stark dargestellt. Aber es ist jetzt eben auch nicht die ganz große Omos-Celebration-Night bei WrestleMania. Ähm, weil es geht halt um nix, ne? Es ist halt ein großer Name, okay. Aber es ist nicht so gekommen, wie viele gemutmaßt haben, dass er dann bei WrestleMania als Champion dasteht oder so. Omos, das machen sie offensichtlich noch nicht. Das ist okay. Die Attacke, ähm, danach, da sieht er, Lashley erst mal ein bisschen dumm aus. Das stimmt schon. Ähm, das mit dem zu Boden schicken, okay. Ja, da haben sie uns was erzählt. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, dass der nicht schon mal zu Boden gegangen ist in einem Tag-Team-Match. Aber zumindest in Singles-Competitions offensichtlich nicht. Hier hat er es dann geschafft. Damit gibt es dann nochmal einen Pop. Uns gibt die lauten Bobby-Chance und das Pointing aufs WrestleMania-Zeichen. Okay, alles Go-Home-Show-mäßig gelaufen. Es ist aber auch hier wieder, und da muss man sagen, das ist leider zu oft passiert, äh, in dieser Road to WrestleMania, ein sehr kurzfristig hingedübeltes Match. So, und das, das ist so eine Geschichte, wo ich sage, ja, in dem Fall vielleicht, ja, weil Bobby verletzt war, okay, nehme ich das, aber das haben sie zu oft gemacht. Ähm, da komme ich dann im Fazit aber nochmal drauf. Das, das ist, glaube ich, das große Problem mit der Mania dieses Mal. Aber grundsätzlich das Match, okay, äh, lasst Lashley bitte nicht komplett untergehen und lasst ihn nach einer Plostein wieder aufstehen. Das würde ich ganz gerne sehen. Und im Idealfall vielleicht sogar gewinnen. Dann zack, hast du jemanden, wo du sagen kannst, yo, ab Richtung Titel bitte wieder. Und, ähm, das möchte ich gerne sehen. Ja, sehe ich nämlich auch so. Natürlich gewinnt Lashley das. Das ist der, den ich weiter pushen will. Omos ist doch wurscht. Omos ist ein Riese, den baust du danach wieder auf. Wie oft hat Big Shop verloren? Völlig egal. Der, Omos bleibt ein Riese auch danach. Naja. Naja, mit der Karte stimmt schon, aber Lashley war halt verletzt. Die sind froh, dass er überhaupt noch drauf gekommen ist. Ansonsten wäre Omos in der Battle Royale. So, und jetzt kommt mein allerliebstes Segment. Also, wenn irgendjemand sagt, bei diesem WrestleMania Raw, da wäre nichts los gewesen. Also, das ist wirklich, und das war überraschend. Reggie und Danabrook, ja, die gehen rum, die halten Händchen, die sind verliebt wie nur was. Ja, das ist, und dann, von jetzt auf gleich, mitten auf dem Gang, am romantischsten Ort, den du vorstellen kannst, geht der Reggie zu Boden, geht auf die Knie, will um Danas Hand anhalten. Er hat einen Ring dabei. Das ist doch der WrestleMania Raw-Moment. Da ist er doch. Und Danabrook sagt, ja, perfekt. Wir können den Moment nicht auskosten, weil Tamina ist böse. Tamina, die ruiniert den Moment. Kommt mit dem Einroller zum Glück nicht durch. Aber es wird dazu genutzt von Tozawa. Der hat das nämlich gesehen. Der hatte sich, der ist ja ein Vorbild. Der ist auch super gekleidet. Der macht jetzt Tamina auch einen Heiratsantrag. Es ist wunderbar. Und Tamina sagt auch, ja, es wird zu einer Doppelhochzeit kommen. Scheiß, was auf Reigns gegen Lesnar ist mir doch scheißegal. Doppelhochzeit, es wird so toll. Und wir kriegen sogar noch einen Cliffhanger. Achus, der guckt sich das Ganze aus der Ferne mit dem Fernblas an. Ja, das ist doch perfekt aufgebaut. Was willst du denn mehr? Mach ein Main-Event vom Main-Event von WrestleMania. Mach das nach Reigns gegen Lesnar. Mit The Rock als Trauzeuge. Mach das. Ich bin natürlich vorbereitet. Für eine Doppelhochzeit braucht man Blumen. Da habe ich die Lotusblume rausgeholt. Rausgeholt, extra für euch. Da gibt es die Blumen schon vorab. Moment, da ist er doch. Da ist er doch. So, das war ein ganz tolles Segment war das. Aber ich fand es schön. Ich lege mal die Blume weg. Das war schön. Wie? Doch, weil ich fand es echt toll, wie Tamina erst kurz den Titel gewinnen will und dann auf einmal zu Saber im Weg steht und dann ist sie doch wieder irgendwie beeinträchtigt. Und konnte nicht mehr. Aber das ist in Ordnung. Es gibt Yes-Chance. Also die ganze Halle steht. Komm, wir sehen sie halt nicht. Wir hören es nur. Es ist halt so. Und dann sagt die doch wirklich, ja, und das Schönste an diesem ganzen Segment war, wie Tosawa dann den Ring rausgeholt hat und über diesen Wurstfinger stürpen will. Das geht erst nicht. Noch ein bisschen Spucke dran. Und dann zack, rüber das Ding. Geil, ja. Und Arjuv, der alte Stalker, mit Fernglas. Ich meine, der stand drei Meter weg. Da brauchen wir schon mal ein Fernglas. Verstehe ich. Der will das jetzt auslösen. Da war sogar der Referee schon dabei. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Der war vorbereitet. Vielleicht ist das der gemeine Drake-Maverick-Plan. Ja. Von Tosawa, Tamina und Arjuv, wie die den Titel wieder zurückholen werden. Meinst du? Ich könnte es mir vorstellen. Ja, die heiraten gar nicht. Das ist der große Trick. Ich bin sowas von gespannt. Naja. Team 1 hat sich übrigens wieder lieb. Ihr kennt Team 1 bis Team 4. Ja, Fotoshooting gibt es. Ja, Queen Selina erinnert sich sogar, die erinnert sich sogar ungefähr jeden dritten Satz daran, dass sie eigentlich einen britischen Akzent haben sollte. Der ist zwischendurch dann doch mal weg. Team 4 schaut dann vorbei. Heute ist man ja verbündet gemeinsam. Dann kommt dann noch Team 2 mit Team 3 in die Halle. Es gibt ein 8-Women-Tech-Match. Die Guten gegen die Bösen. So könnt ihr euch das vorstellen. Können die koexistieren? Also auf beiden Seiten jedenfalls. Ob die intern koexistieren können? Nicht gegen die Gegner. Das wäre ja dumm im Match. Langweilig. Und dieses Match gibt es. Und ich möchte das Match auch gar nicht schlecht reden. Deswegen, ich will auch gar nicht drüber reden. So viel Talente dazwischen. So tolle Wrestlerinnen. So wenig macht die WWE draus. Carmella und Corey Graves haben richtig viel Sex. Wir haben es auch nochmal gesagt. Das ist so die Quintessenz des Ganzen. Es gibt ein Tag-Team-Match bei WrestleMania. Und ich sage, Team 2 gewinnt. Also erstmal die Begründung für dieses Match. Es geht darum, Momentum aufzubauen. Wird uns erzählt im Kommentar. Die denken wir so, was denn für ein Match? Baut doch das Match auf. Das wäre sinnvoller. Ja, ist egal. Naja, die Heals, die sind sich halt wie gesagt nach der Ansage von Baszler und Natti nicht mehr wirklich grün. Also das kann man überraschen. Die können nicht coexistieren. Was sind da los? Die Faces, die kommen übrigens in die Halle. Die kriegen den Entrance. Das wird gezeigt im Fernsehen. Alle zum Sasha Banks ziehen. So baut man Techniques auf. Habe ich mir gedacht, ist egal. Die Entrances der Heals bleiben übrigens komplett weg. Die hat man geopfert für eine Hall of Fame-Werbung zwischendrin. Ja. Ander Taker ist größer. Ist in Ordnung. Warum? Lass die einfach drinstehen. Ansonsten, wie gesagt, klassisches können sie koexistieren Ding. Klappt halt nur so halb beim Taggen und so. Jede darf mal. Jede kassiert mal. So ein Ding ist das halt Stückwerk. Also es ist halt wenig sinnvolles Wrestling drin. Es ist halt Uneinigkeit hier und da, überall. Wer darf pinnen bei den Heals oder bei den Dings. Bullshit, einmal eins, alles durchgespielt. Es holt mich nicht ab. Aber nicht im geringsten, mein Lieber. Das ist ja Quatsch. Das ist wirklich jetzt schon mein persönliches Stinker-Match bei Mania. Und ich habe es noch nicht mal gesehen. Ich will es gar nicht sehen. Das ist das größte Problem. Das ist das einzige Match, wo ich sage, komm, geh mir fort damit. Will ich nicht haben. Mach doch das nicht. Gib doch der Sascha Banks ein Match gegen Rhea Ripley. Das hätte ich mir noch angeguckt. Wegen mir. Ohne Titel ist doch alles Bums. Aber die Frauen nur, damit sie ein Patcher kriegen. Kick-Off-Show. Bitte ein Kick-Off-Show. Ja, das wäre schön. Oder wenigstens Match 2 auf der Kart. Verstecken. Irgendwas. Aber ich glaube, die werden scheiß viel Zeit kriegen. Und wir werden uns alle freuen, wie Naomi und Sascha am Ende die Titel hochhalten. Und alle denken sich so, ja gut, nächste Woche. Ja, ich glaube ja, das ist Team 2. Also von daher, ich bin zuversichtlich. So ja Team 2. Und wäre das noch nicht genug, ne? Natürlich. Natürlich kassiert die Selina als aktuelle Titelträgerin den Pin gegen Rhea Ripley. Ja, das macht das spannend. Was ist denn Bullshit? What the fuck? Was ist denn da los? Ja. Ja, und wieder hängt die Carmella bei Corey rum in der Zeit. Das ist also, weil die viel Sex haben. Nicht vor der Kamera, aber dahinter. Und das ist alles so bla. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht haben. Das geht mir so auf den Sack. Also ganz ehrlich, als hört mir auf zu erzählen, dass diese Frau Division irgendeinen Wert hätte. Bullshit ist das. Das habe ich jetzt schon ein bisschen voreingenommen, ne? Also ich lasse es auf mich zukommen, möchte ich sagen. Ich möchte sowieso mal sagen, ja, ich habe das mit dem Tobi auch schon vereinbart. Mit dem Tobi, musst du dir mal vorstellen. Wir werden zwei Tage jetzt WrestleMania feiern. Völlig wurscht, was die uns abliefern. Das ist mir total egal. Ich werde jetzt Wrestling toll finden. Ich werde alles zur Abwechslung, werde ich das auch mal toll finden. Ja, das sage ich euch. Ich werde da nicht kritisieren und rumerzählen und Zuschauer zahlen und OG Ratings sind aber nur bei 425.000. Das werde ich nicht sagen. So, tolles Segment. Jetzt Steve Austin Video Package gibt es. Wer den noch nicht kennt, der kennt ihn jetzt leider ohne Tobi Gottschalk. Der ist nicht mit drin. Aber nur Kevin Owens ist da. Der ist jetzt im Ring, erzählt uns was. Endlich hat er auch ein K-O-Mania-Shirt dran. Jetzt ist ja alles fix, jetzt kann er das machen. Jetzt kann er seine Tradition fortsetzen mit den alten Mania-Logos. Es ist der dritte heute, der die Watchhands gekonnt besiegt, habe ich mir aufgeschrieben. Also das hat er auch gut gemacht, genauso wie Brock Lesnar und Roman Reigns. Er sagt uns, der geile Stone Cold, der ist ja weg. Der war ja schon geil, aber der ist weg. Der soll das doch endlich mal rallen. Der kommt nicht mehr wieder. Ja. Wer zur K.O.-Show kommt, das ist der Steve. Habe ich gefragt. Und wenn Steve, das ist doch der von NXT, das ist doch der von der Universität, kennst du wieder nicht. Werde ich dir am Donnerstag in unserer gemeinsamen NXT-Review näher bringen, diesen Steve. K.O. sagt weiterhin, cool, dass du kommen willst. Ich gebe dir die größtmögliche Plattform. Ich werde extra für dich sogar ein Bier trinken, obwohl er gar kein Bier mag. Wir stoßen darauf an, dass du mir die Fackel überreichst. Und dann werde ich dich natürlich stunnern, weil irgendwer muss ja gestunnernt werden bei WrestleMania. Ja, also der Promo-Clip für Steve Austin. Das ist eigentlich ganz cool. Grundsätzlich eine sehr, sehr ordentlich deliverte Heal-Promo. Mehr war es dann am Ende nicht, aber auch eben nicht weniger. Und er schließt das dann mit dem, ja, ich bin Orens 316, ich bin der Master of the Stunner, ich bin der neue Stone Cold und damit haben wir es noch. Das ist sein Plan. Mehr musst du nicht machen. Wie gesagt, und jeder weiß, was passieren wird. Ja, am Ende des Tages gibt es irgendwie aufs Maul. Vielleicht kommt noch jemand dazu aus Texas, so ein Shawn Michaels oder so ein Undertaker und zack, Orens wird abgefertigt. Ich würde mich aber, um das nochmal aufzugreifen mit Seth Rollins vorhin, ich würde mich nicht wundern, wenn das mit K.O. und Seth Rollins vielleicht doch noch irgendwie verurschtelt wird. Vielleicht ist es wirklich nicht der gute Cody. Vielleicht gibt es dann einfach K.O.D. Naja, mal gucken. Irgendwie sowas könnt ihr mir auch noch vorstellen. Es wäre sehr lustig, würde ich sagen, wenn da einer reinkommt und dann K.O.D. heißt. Naja, komm. Aber da ja das offensichtlich immer noch wieder als Main Event platziert wird, würde ich mal sagen, die Frauen, also die Charlotte und die Ronda, die haben sie so ein bisschen weggecancelt an der Stelle. Vielleicht aber auch besser so. Mal gucken. Also ich, das wird das große, ich feiere Steve Austin-Segment in Texas. Okay, wegen mir. Homo, okay. Ja, zu Ronda Rousey und Charlotte kam nichts, aber das ist auch SmackDown, obwohl das eigentlich heute egal war. Weil wir sind unter anderem jetzt bei Intercontinental Champion Ricochet, der auf einmal auftaucht, das ist Wildcard, WrestleMania Raw, gegen Austin Theory hat er ein Match. Also diesmal nicht Finn Balor, der immer verliert gegen Austin Theory, sondern umgekehrt. Ricochet, naja, und der Ricochet macht jetzt, nee, andersrum, der Austin Theory macht jetzt kurzen Prozess mit Ricochet. Sagen wir, wie es ist. Ja, das ist einfach, passiert nicht viel. Austin Theory gewinnt gegen den amtierenden IC-Champion. Nicht mehr lange und Ricochet wird dann auf die Jagd nach dem 24-7-Gürtel gehen, mit dem IC-Gürtel. Das ist das Wichtige, weil er erkennt, dass der 24-7-Title wichtiger ist als dieser IC-Title. Naja, was soll's. Es gibt immerhin beim Main Event danach, das ist eine andere Show, die heißt beim Main Event, ist aber kein Main Event, da gibt's immerhin das Match für den Balor und der gewinnt gegen Apollo Crews. Immerhin, der andere Champion hat gewonnen. Kann man nicht sagen. Das ist doch super, dass er im Main Event steht. Naja, es gab eine kurze Promo noch Richtung Pat McAfee, und darum geht's halt im Endeffekt. Er wird gewinnen, ich mach ein Selfie, bla, das ist seine Ankündigung. Ja, aber muss ich dann gegen Ricochet, muss ich dann ausrechnen, als die Champion kämpfen für diese Botschaft? Pass auf, ja, der 630 soll ja kommen, und der Austin fällt ins Seil, weil der ist clever, ja, unexpected, unexpected, da haut er sich ja ins Seil, fällt da runter, und er besiegt ihn aber sowas von clean, an der Stelle. So, also mehr Momentum kannst du ja Serie nicht mitgeben, und wer jetzt immer noch glaubt, dass Ricochet eine große Nummer ist, komm, mach die Augen auf, ja, das ist Quatsch. So, Ricochet wird derjenige sein, der den Titel an Serie dropped, und für den Balor genauso, der wird als Doppelchampion rumlaufen. Ich bin mir sicher, das muss ja einen Sinn haben, warum die den ganzen halt mit den Midcard-Champions in Verbindung bringen. So, und ganz ehrlich, wenn das das Ziel ist, dann kannst du das Match ja nicht bei Wilson Mania machen. So, jetzt hast du am Freitag noch dieses Los Rosarios-Ding mit dem Triple Threat, da werden die Mexikaner, werden die sich nicht einig werden, zack, Ricochet, retained, und dann kannst du nach Mania den Titel an Serie geben, genauso werden sie es mit Finn Balor machen, zack, Serie, Doppelchampion in der Midcard, und dann ist er ein ganz großes Aushängeschild für Rince McMahon. Das ist der Plan, glaube ich. Ja. Nichts aber. Und dann wird der sogar bei Pay-Per-Views die Titel verteidigen. Nee, nee, das wäre ja noch schöner. Hat doch einer vorgeschlagen fürs Booking, dass Shayna Besse als stiffe Kämpferin dargestellt wird. Nee, so weit kommt es noch, das wird nicht passieren. Ich habe ein Problem damit, also generell gut aus der Serie zu pushen Doppelchampion, finde ich gut. Ich habe ein ganz großes Problem, weil das ist nichts wert, wenn ich beide Champions und beide Gürtel komplett in den Dreck ziehe. Das ist genau das Gleiche wie mit Omos, warum kämpft er gegen die Viking Raiders, warum kämpft er nicht, warum squasht er die weg, warum macht er nicht kompetitive Matches? Du musst Ricochet und Finn Waller aufbauen, damit du aus dem Spiel dann, aber es ist egal, komm. Rapid Fire. So viel Quatsch. Ja, nee, ich habe recht, du hast Unrecht. Jetzt wird es noch besser, jetzt haben wir voll, jetzt gehen wir voll SmackDown-Modus. Wir sind jetzt WrestleMania SmackDown Raw SmackDown WrestleMania, vor WrestleMania SmackDown, denn Drew McIntyre in einem Handicap-Match, das zweite Handicap der Nacht, gegen Heavy Corbin und Madcap Moss. Meine Frage ist an der Stelle nur, warum? Keine Ahnung. Warum? Selbst bei Raw, immerhin vertauschen sie da nicht die Pyro von McIntyre mit Kane. Das heißt, da geht alles gut. Der vierte Ringpfosten brennt nicht, wo der McIntyre steht. Witzig ist, der Madcap Moss, ich habe ja auch schon einen Witz gemacht, der hat auch einen Witz gemacht. Nach dem Claymore sagt man, I killed irgendwie, wegen Killed und Schotte, verstehst du? Corbin findet das schon wieder nicht witzig. Also das ist die Story, die da weiter aufgebaut wird. Ist halt so eine Straßbrenne, so wie du. Ist halt so. Drew McIntyre macht dann den Madcap Moss fertig. Ja, Happy Corbin geht weg, weil ihm sein Freund egal ist. Corbin macht dann nach dem Match noch den End of Days, also nachdem der Claymore durchgeht, selbstverständlich. Das war, glaube ich, so die einzige halbwegs gute Möglichkeit, dieses Match einigermaßen zu rechtfertigen. Wenn du es irgendwie anders machst, würde es komplett sinnlos sein. Und so war es nur sinnlos. Und dann klaut am Ende, und ich glaube, das war der Sinn des Ganzen, dann klaut am Ende der Happy Corbin den Olaf, das Schwert, das ist jetzt weg. Also da, wo schon geklaut wurde, der Mysterio, der kriegt seine Maske wieder, damit das nicht weitergeht. Jetzt haben wir diese Klaus-Story dann auf das übertragen, und jetzt geht es um das Schwert. Yay! Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Das war doch, der Corbin sagt doch vorher noch zum Moss, lass mich heute mal, ich kümmere mich alleine darum. So, hat er doch gemacht. Er hat ja nicht gesagt, dass es um das Match geht. Er hat gesagt, ich kümmere mich dann darum, das hat er getan, dass er jetzt den Madcap da geopfert hat, weil der halt wieder einen schlechten Witz erzählt. Okay, naja, dann machen wir halt den Sprit. Ist doch in Ordnung. Madcap kriegt halt ordentlich aufs Maul, ging halt auch wieder schnell, das ist das einzig Positiv an der ganzen Nummer. Und das dann am Ende halt, End of Days, noch nie einer ausgekickt. Ich hoffe nicht, dass sie das bei WrestleMania ändern. Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, dann macht bitte den End of Days nicht, wenn er dann auskicken soll. Ja, dann mach ihn einfach nicht. Das ist in Ordnung. Ja, so wie ihr das die letzten fünf Jahre auch gemacht habt. Dann macht ihn halt nicht so. Ich bitte euch. Dann macht ihn einfach nicht. Nicht ohne Aufbau, nicht einfach so aus Versehen. Und dann wegen mir, dann machen wir halt jetzt diese Woche in der WrestleMania-Woche ein Schwert-Diebstahl-Update. Ist ja gar kein Thema. Ja, können wir gerne tun. Jetzt haben wir nochmal eine Story obendrauf. Nö, nö. So weit ist es noch nicht. Müssen wir nochmal abwarten. Aber ich mein... Also wir machen einen Update, ob es einen Update überhaupt geben kann. Ja, ja. Ich hab ja aufgeschrieben, der Olaf ist jetzt happy. Ich weiß nicht, was das heißen sollte, aber ja, oder so ähnlich. So ungefähr hat der Olaf auch mal Karos mal immerhin. So, wir sind tief im Rotz der Woche. Ich mach jetzt einfach alles zusammen. Wir sind viel zu... Nein, komm, wir labern jetzt nicht. Such dir einfach was aus, zu was du was sagen willst, was noch gewesen ist. Der Edge, der sitzt an einem teuren Tisch mit einer Waage, sagt, ich gewinne. Dann sitzt er im Dunkeln, wie beim Listemann. Styles sagt dazu dann später, im Hellen, aber auf dem Gang, ich gewinne. Dann, die Steiner-Brothers sind in der Hall of Fame. Ich frage dich, was hat Braun Breaker damit zu tun? Es gibt den Hungry for Mania-Moment. Diesmal John Cena gewinnt gegen JBL in Hollywood. Die Leute, die America the Beautiful singen werden und das bestimmt richtig gut machen werden, heißen Brantley Gilbert und Jesse James Decker, wer denen was sagt. Das sind tolle, tolle Menschen. Und als letztes, und du ahnst es vielleicht, und es ist gute Kunde, Wir Mahan kommt tatsächlich immer noch zu Law of the Mania. Man hat das bestätigt, keine Angst, der kommt wirklich. Nächste Woche, heute, in weniger als einer Woche, werden wir das Debüt von Wir Mahan sehen. 404. Ich sag's nochmal, mein Lieber, du hast es immer noch nicht verstanden, Wir ist nicht. gefunden worden. Das soll sein nichts. Hat Michael Cole gesagt. Naja, das war die ganze Bumse, die du jetzt erzählt hast. Wir Mahan ist natürlich die Top-Story, gar keine Frage. Edge war halt da. Also ganz ehrlich, das war Bullshit. Ja, das war nix. Gut, ich konnte es nicht zusammenfassen, wenn ich das erzählt. Ja, irgendwas mit Judgment Day und Match for the Ages. Also so hat sie sich ja gefühlt, sag ich mal ganz ehrlich. Und AJ in deinem Gang, viele Worte, nichts, sonst nix. Ja, genau. Das ist der Punkt. Also diese Promo von Edge war nicht gut. Die Reaktion war schon besser. Er sagt zumindest dann, naja, ich liefere etwas ab, was niemand vergessen wird. Das kündigt uns AJ an. Okay, vielleicht ist zu dem Match auch alles gesagt, aber das ist halt auch eins von diesen Matches, auf das ich mich grundsätzlich freue, ja, aber was halt eigentlich keinen Aufbau hat. Also der Aufbau halt komplett hinkonstruiert wird. Dieser Heal-Turn funktioniert null. Also ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, wie das in der Halle dann ankommen wird, wenn dieser Edge dann da rauskommt mit dem 9-7 und keine Ahnung. Also ganz ehrlich, keiner will Edge in der Heal-Rolle sehen. Mach die doch einfach, lass die einfach gegeneinander gehen, wäre es der Bessere fertig, dann geht AJ over und gut ist. Nein, es wäre immer so einfach für WWE, da müssen die wieder irgend solche Segmente machen mit einer Waage und irgendwie dumm gefaselt. Also das ist nicht Edge, das ist so unauthentisch auch. Es will keiner sehen, ich will sie sehen und es ist auch nicht gut. So, das ist das größte Problem. Also es geht ja nicht darum, ob ich was sehen will, sondern es geht darum, ob es gut delivered ist. Nein, ist es nicht. Also die ganze Turn nicht, die Erklärung nicht, der Aufbau über diese Geschichte mit AJ im Sinne von, ja, der soll upsteppen, war schon Bullshit. Alles Quatsch. Also von Anfang bis Ende Käse erzählt, nur um dieses Match dann irgendwie zu rechtfertigen. Stell es einfach hin, als wer ist der Bessere fertig aus. Mehr will ich gar nicht haben und ich glaube die Fans auch nicht und das hätte funktioniert und hätte es coole Stimmung in der Halle gehabt. So bin ich sehr gespannt, ob die Reaktionen wirklich das sind, was sie jetzt erwarten. Ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Naja, stimmt. Also das funktioniert auch nicht. Allerdings bist du natürlich immer der, der sagt, man muss die Leute heal tun, damit du Face gegen Heal hast für die Leute, die das nicht verstehen. Du widersprichst dir komplett selber, weil du hast überhaupt gar keine Ahnung. Ja, nein, 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 nein. Du wirst doch vielleicht mehr wie Rapid Fire geht. So ein Quatsch, ein Heal Turn mache ich doch nicht in drei Wochen und schon nicht mit dem größten Babyface, was rumläuft, weil er einen Legenden-Status hat. Das ist doch Quatsch. Ein Heal Turn hat jetzt Jahr gebraucht. Das ist doch wie, wenn bei der Hall of Fame der Undertaker rauskommt und auf einmal eine Heal-Bromo hält. Dann denkst du auch, so, genau so ist das hier. Genau so. Ja, da wird einfach abgestuhlt. Nimmt der Undertaker einen Stuhl und haut, keine Ahnung, der Chamelle eins über. Michael Kroo. Bitte dich. Also das ist kein Heal Turn. Das ist der krafthafte Versuch eines Heal Turns mehr, aber auch nicht. Ja, ja, ja. Das ist schon recht, das stimmt, auf alle Fälle. Rapid Fire müssen wir auch nochmal lernen. Ich habe heute viel zu viel reingequatscht, ich habe mir viel zu lange gelabert. Also Rapid Fire war ursprünglich mal gedacht, dass wir die Segmente einfach schnell durchnudeln, aber ist ja auch egal. Wir haben ja auch schon längst WrestleMania, da kann man auch ein bisschen länger reden. Wir werden auch die WrestleMania mit drei Stunden nudeln. Ja, wir haben ja bei den Blöcken genudelt. Die Blöcke heute Rapid Fire. Das war auch so. Ja, ich wollte ja nochmal die letzten Eindrücke, das war wichtig. Aber jetzt sind wir im Main Event Block und auf einmal ist WrestleMania Raw Survivor Series, so heißt der Block. Ich weiß auch nicht warum. Denn auf einmal kommen Rick Bux und Shinseken Nakamura raus, auch von SmackDown und heute ist einfach alles möglich. Die Stuhlen, die Pulten nicht, die Stuhlen, sie sitzen nur im Stuhl und sie gucken sich das Match an der SmackDown Tag Team Champions Usos gegen die Raw Tag Team Champions RK Bro. Weiß ich nicht, macht man bei WrestleMania Raw halt traditionell so, dass man das halt so macht. Exakt dieses Match gab es tatsächlich, weil das ist der letzten Survivor Series, da hat RK Bro gewonnen. Die Frage, die sich Michael Cole stellt, vor allem, kriegen die Usos Nakamura und Rick Bux aus den Köpfen raus, um dieses Match zu gewinnen? Als hätte dieses Match irgendeinen Aufbau gehabt, als würden die Usos überhaupt wissen, wer irregehe ich da sind. Ich wusste es bis dahin auch nur so halb. Ach, ist natürlich viel zu aufregend. Alles deswegen macht man in diesem Match natürlich nach einer Minute Werbung. Das ist klar. Und dann Riddle wird natürlich fertig gemacht. Das ist natürlich auch jetzt mittlerweile in jedem RK Bro Match so. Und dann muss ich sagen, es gibt aktuell einfach keinen größeren Pop in der WWE als den Hot Tag von Randy Orton. Der funktioniert jedes Mal. Ich frage mich nach wie vor, warum. Und endlich gibt es dann wieder Vintage Orton von Michael Cole. Wie lange haben wir darauf gewartet? Er sagt es, wir sehen es. Naja, und dann, bevor das Match anfangen kann und naja, dann gibt es halt eine DQ. Aber erzähl mal erstmal bis dahin, Herr Flöter. Warst du happy mit diesem Main Event Aufbau? Das ist kein Main Event. Das ist, also das war, also ich nehme es vorweg. Ich glaube, wir können jetzt mit Fug und Recht behaupten, WWE schreibt diese dritte Stunde bewusst ab. Also alles, was wichtig ist, alle großen Namen, alles, was größere Storys sind, passiert in den ersten ein, zwei Stunden. Und der Rest hinten raus ist dann entweder gutes Wrestling oder wie diese Woche einfach irgendwelchen Blabla, weil wir noch irgendwas gemacht haben. Und dieses Match macht keinen Sinn von der Ansetzung in meinen Augen. Das Match macht keinen Sinn, wie es dann ausgelöst wird. Das Match hat mir auch null interessiert. Warum sollte ich mir das angucken? Also was ist die Intention dahinter? Ja. Und Randy Orton, ganz ehrlich, für diesen Pop okay, aber ansonsten ist es immer das Gleiche. Warum? Also ich verstehe es nicht, was die da wollten. Und der größte Witz an der Sache ist doch, ja, da sitzt jetzt ein Nakamura und ein Buges rum. Warum sitzen da nicht die Street Profits rum? Warum sitzen da nicht Alpha Academy? Das hätte ja wenigstens noch eine Story gehabt, aber dieses Nakamura und ein dieser Ansetzung ist schon Quatsch. ja, das ist, das ist sehr logisch. Ich sag's dir, ich hab dieses scheiß Match geskippt. Ich hab's nicht geguckt, aber ich will's nicht sehen. Ich hab mir das Ende angeguckt. Aus meiner Review. Ey. Ja. Nee, das ist doch kein Handy, Bens. Bist du Peer oder was? Nee. Das kannst du in der Kick-Off-Show von Ror machen. Das Ding ist ja, was du schon wieder vergessen hattest, was ich natürlich noch im Kopf hatte, die Profits sollten ja gegen Alpha Academy kämpfen, das war ja angesetzt. Bis heute Mittag war das angesetzt. Oder gestern Mittag. Weiß ich nicht. Ich vermute mal, Alpha Academy, da ist irgendwas verletzt, krank, Scheiße, Mann. Weiß ich nicht. Ja, die sehen wir gar nicht, ne? Otis nicht mehr zu stoppen. Naja. Was passiert? Die Street Profits können natürlich nicht stuhlen, denn sie müssen jetzt die DQ machen. Völlig überraschend greifen sie Randy Orton an. Ja, DQ-Sig für die Usos, das ist der Ausgleich 1 zu 1. Ich möchte ein Rubbermatch bei WrestleMania. Oder wo auch immer. Allgemeines Chaos. Wir lieben Brawls. Ja, voll AEW geht's jetzt. Es gibt ein RKO, Undorkins. Es gibt ein 3D, Unford. Dann ist eigentlich die Show schon zu Ende. Dann gibt's nochmal ein RKO, Unford. Ein RKO-Undorkins. Keine Ahnung. Und Nakamura und so, die mischen da auch noch mit rein. Der eine hier, Rick Bux, der brawlt sich noch mit einem der Usos nach draußen. Kommt auch nichts mehr rum. Dann blenden sie einfach aus. Der ist dann halt weg. Keine Ahnung. War halt da. Also erstmal dieses Ding. Die feiern schon nach dem RKO, um dann nochmal was zu machen. Ich weiß nicht, haben die dann was gemacht? Ja, das ist ein bisschen komisch. Die haben wahrscheinlich noch eine Minute Zeit. Machen wir noch ein RKO. Es ist total sinnlos. Die Herausforderung gleich viermal zu RKO. Naja, aber wahrscheinlich war es genau so. Dass es irgendwie signalisiert wurde, oh, ihr habt noch. Ihr müsst noch zwei Minuten oder sowas. Das war ganz, ganz komisch. Aber generell, es hat auch keinen interessiert. Also es gibt halt diesen klassischen Randy Pop. Aber wie gesagt, ansonsten war es das auch. Der Witz ist an der Sache. Ich habe es dir erzählt, letzte Woche schon. Die Street Profits sind für mich damit absolute Heals. Die attackieren wieder die Champions, die Face Champions. Wenn die die Heals sind, werden dann... Lass die Heal gehen. Zusammen mit Bianca Belair. Lass die Heal gehen. Perfekt. So, zack haben wir es doch. Aber das Match, wie gesagt, komplett egal. Komplett egal. Diese ganze Zusammenwürfelei der Tag Teams jetzt. Dafür sind es einfach zu viele Titel, als dass mich das irgendwie abholen könnte. Und dass da einer durchblickt, warum Nakamura und Pugs, weil kein Adder da ist, weil die Raiders sind komplett außen vor. Sonst gibt es kein Team bei SmackDown. Ja, und dann schmeißen wir die noch bei Raw rein und bringen die alle noch mit. Und die Alpha Academy, die im Match steht mit den Raw Tag Team Champions, die sind gar nicht da, warum auch immer. Es ist einfach ein absoluter Clusterfuck gewesen. Und das war kein Cliffhanger für eine WrestleMania. Ja, das kannst du mir nicht erzählen. Aber wie gesagt, unter der Prämisse, dass die dritte Stunde quotentechnisch mit Abstand immer die schlechteste ist, weil es einfach zu spät ist und weil es keinen interessiert und was weiß ich, verstehe ich, dass man hier nicht die großen Sachen macht am Ende. Ja, oder andersrum, man macht die Sachen gut, damit es die Leute interessiert. Das wäre ja auch meine Idee. Das ist halt die Frage. Hat man ja die letzten Wochen gemacht, da hat man ja zumindest über wrestlerisch ordentlich was gezeigt. Aber das war ja hier gar nichts. warum macht man das nicht, weil es in diesem Match um nichts geht? Du hast ja nicht meine Story gehabt. Das letzte Mal hast du ja wenigstens einen roten Faden gehabt, da mit Seth Rollins jedes Mal. Das gab es hier nicht. Das Match war einfach hingedübelt, war angesetzt, warum auch immer. Ja, das hat man bei SmackDown so festgelegt und dann war das halt keine Story, gar nichts und so hat es angefühlt. Ich habe mich hinterher nur gefragt, wie steht es denn da jetzt? Also klassisches 50-50 war es nicht am Ende. Wir hatten ja insgesamt fünf Tech-Teams, ne? Also Alpha-Erkennen war schon mal nicht dabei. Also das ist schon mal null. Also 50-50 AK-Bro-Profits, würde ich sagen. Also Match zerstört und aber dann die AKOs gekriegt. Muss man mal abwarten, ne? Wenn die beiden Raw-Tech-Teams jetzt halt vorhaben, dass die Alpha Academy das am Ende gewinnen soll, man die deswegen vielleicht rauslässt, weil jetzt alle denken, oh, jetzt geht AK-Pro, aber es gehen die Street-Profits und was weiß ich und Alpha Academy am Ende die Sachen der dritten sind, dann hat es ja sogar ein Bewandtnis. Aber ich glaube nicht, dass sie soweit gedacht haben. Also das Match hatte für mich keinen Sinn und die Story, die sie erzählt haben, also es war keine Story. Also es war einfach nur da und da brauchen wir glaube ich nicht so tief fischen und gucken, ob da irgendein Sinn dahinter war. Doch, wir haben ja jetzt bei den Usus und Nakamura haben wir jetzt 50-50, würde ich sagen. Also da ist schon mal in Ordnung. Aber du musst ja jetzt bei AKO, die haben ja verloren, AK-Pro. Deswegen musst du bei denen ja ein bisschen abziehen, bei den Usus ein bisschen draufrechnen. Das heißt, die Usus sind in der Endabrechnung, glaube ich, leicht vor Nakamura und Bugs, während AK-Pro immer noch vor der Alpha Academy sind. Aber die Profits, also ich glaube schon, die Profits, also sowas von. Und am Ende, und das ist nämlich der Trick, werden Nakamura und Bugs Raw-Champions und die Street-Profits werden Smackdown-Champions und keiner merkt es. Das ist das Witzige. Das ist wirklich, das wird keiner merken. Aber ich korrigiere dich, denn AK-Pro hat ja nicht verloren. Das war im Dick Music. Andersrum. Die wurden ja niedergeschrieben. Alles, was ich gerade gesagt habe, nur andersrum. Genau so. Aber wie gesagt, da merkst du ja schon, dass wir selber keine Ahnung haben, was wir eigentlich reden. Genau so blödsinnig wie die Frauentaktik-Division war das. So, also war das ein Made-Event? Nein, war es nicht. Fertig, aus, blumst, weiter. Ganz ehrlich, wäre das nicht das Letzte gewesen, was in dieser Show passiert wäre, hätten wir in Rapid Fire eine Minute drüber gesprochen. Und so kann man es zusammenfassen. Naja, wir fünf, aber im Prinzip hast du recht. Wir sind am Ende von Raw, Herr Flöter. Nee, aber WrestleMania Raw, am Ende von WrestleMania Raw, das erste der Geschichte. Und es war auch mit Abstand das Beste der Geschichte. Fandst du nicht auch? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Also ich glaube, man hat an dieser Show ganz, ganz klar angemerkt, das war ein Card-Rundown. Man hat alles nochmal versucht, wie reinzubringen, außer halt Charlotte und Ronda. Das macht man beispielsweise bei McDonald's wahrscheinlich nochmal. Deswegen auch diese übergreifende Brand-Split. Komm, drauf geschissen. Ja, komm. Das ist sinnlos. Du hast jetzt schon so viele Go-Home-Shows und jetzt machst du nochmal zwei extra, wo beide Brands mit dabei sind. Genau, das ist der Punkt. Und so hat es sich angefühlt. Wie gesagt, es gibt zwei, drei Matches, die wirklich einen Aufbau haben. Und die haben wir aber schon seit Wochen erzählt gekriegt. Das ist in Ordnung. Und es gibt dann halt diese Edge- und AJ-Nummern oder halt jetzt Omos, was man schnell hindübelt. Am Ende des Tages war es eine Raw-Folge, die musst du nicht gesehen haben. Also bei aller Liebe, da war nix drin, was irgendwas gebracht hätte. Am ehesten vielleicht noch die Harnung, die ganz lustig war. Ansonsten war es Business as usual. Nur mit dem Unterschied zu den Vorwochen. Diesmal gab es kein Match. Also wirklich auch kein Match, wo man wirklich was gesehen hat. Also das war alles grundsolide, aber halt auch alles sehr kurz und alles mit Fuck-Finishes und bumm. Am ehesten vielleicht noch die Frauen, aber das war halt Wrestlemania-Spieler nicht gut. So, also da haben wir wieder genau das Problem. Dementsprechend eine Raw, die kannst du komplett skippen. Schalt einfach wieder bei Wrestlemania am Samstag ein und dann ist gut. Genauso wird es wahrscheinlich bei SmackDown laufen. Das macht es jetzt auch nicht besser, dass da jetzt irgendwie eine Battle Royale stattfinden soll, weil da geht es ja auch um nix. Also sind wir ehrlich. Irgendwie. Es ist die prestigeträchtige Unreal the Giant Memorial Battle Royale. Ja, sind wir ehrlich. Die haben SmackDown als Go-Home-Show eh abgeschrieben. Jetzt haben sie Raw eigentlich auch noch schnell durchgeführt, damit sie es gemacht haben. Aber am Ende des Tages hat es nur dazu gedient, wer jetzt noch nicht verstanden hat, was die Card ist, bitteschön, da hast du es nochmal hergekriegt. In drei ausführlichen Stunden ohne großartige Weiterentwicklung oder Cliffhanger oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, roten Faden gab es auch keinen. Es war einfach komplett random, was da heute passiert ist. Keine Show, die man gesehen haben muss. Nicht eine Show, die irgendwie zur Stimmung beigetragen hat, aber scheißegal. Es ist WrestleMania-Woche. Wir bleiben hier positiv. Und es ist mir wurscht, da könnt ihr mir noch drei schlechte Raws hindübeln. Ich werde diese WrestleMania gucken und ich werde dabei Spaß haben, liebe Freunde. Ja, kannst du nochmal aus deiner Spotfight-Tasse trinken und sagen, wo es die gibt? Oh, das schmeckt aber gut. Boah, mh. So, hier gibt es natürlich irgendwo spotfight.de, irgendwo ist ein bestimmter Shop verlinkt. Die ist total geholfen. Ich weiß gar nicht, die ist die beste Tasse, die ich je. Ja, die ist echt gut. Aber die hätte entspiegelt werden können. Ja, für Streaming ist die ein Streaming-Untaugliche. Naja, was willst du machen? Ja, das war jetzt ein WrestleMania-Rovers. Wir freuen uns auf WrestleMania. Die Woche wird lang genug. Wir sind quasi überall vertreten. Herr Flöter kommt aus dem Husten nicht mehr raus. Sind wir am Ende unserer schönen, wunderbaren WrestleMania-Roar-Review-Spotfight-Geschichte aller Zeiten. Ich verweise nochmal auf die zwei Minuten, die schon auf dem Kanal verfügbar sind. Der hört ja den ganzen Quatsch nochmal, wenn ihr das wollt, aber auch deutlich kürzer. Herr Flöter hätte ja auch sagen können, dass das halt nicht so toll war, die Show. Dann hätte ich es auch nicht geguckt. Dann hätten wir auch hier viel, viel kürzer reden können, haben wir nicht. Naja, eine Sache lief mir noch am Herzen, möchte ich in eigener Sache einmal sagen, hier an dieser Stelle. Werbung machen. Ja, für einen befreundeten Podcast. Ich wurde gefragt, ob ich das mache. Für den Marvin, natürlich mache ich das sehr gerne. Ja, es ist der Backstage-Pro-Wrestling-Podcast. Das ist ein kleines Projekt, da war ich auch mal kurzzeitig, einmal kurz zu hören. Müsste ich eigentlich nochmal machen. Dem laufen langsam so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, dem laufen die Leute davon, der sucht Podcaster. Also wenn ihr euch mal ein bisschen vergnügen wollt, man muss ja auch mal kleiner anfangen, sich hocharbeiten. Ich habe mich ja hier ins gemachte Nest gesetzt und habe wirklich hier mit Größten überhaupt angefangen. Geht mal zu Marvin, schreibt dem mal und lernt da das Podcast und guckt mal, wie man das macht. Backstage-Pro-Wrestling-Podcast. Das habe ich jetzt nochmal gesagt, der Flöter hat schon die Lotusblume überreißt, die reicht die. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Dankeschön und auf Wiedersehen und bin dann raus bis, oh mein Gott, NXT, Dynamite, Rampage, Smackdown, Preview, Fantasy, noch eine Preview, Stand and Deliver, und Preview, noch was und Germany's Next Topmodel machen wir dann auch irgendwann. WrestleMania, Germany's Next Topmodel. Tschüss. Ja, ich freue mich auf Love Island, mein Lieber, da bist du natürlich auch am Start bei WrestleMania, Love Island, After Mania. Aber nur am Pool. Das wird super. Nur am Pool, auch da kann man so eine Lotusblume gerne mal überreichen. Wenn man sich Freunde machen will, dann so, liebe Freunde, ich freue mich drauf, auf dich, meine kleinen Lotusblume, ja, ich freue mich drauf, wie du da sitzen wirst, ohne Schlaf, und uns erzählen wirst, wie geil diese WrestleMania ist und vor allen Dingen vor uns noch erzählen wirst, wie geil dieses Smackdown ist und wir vor allen Dingen noch gucken werden, wie die Steiner Brothers endlich in die Hall of Fame aufgenommen werden am Freitagnacht. das wird geil. Wenn da nicht Bonebreaker kommt, jetzt mal im Ernst, das ist doch gemacht für Bonebreaker. Ich will den sehen und ich freue mich jetzt wirklich auf die NXT Review, die wir zusammen machen werden. Das heißt nämlich, ich muss den Bubs auch mal gucken vor Senden über, bin ich ja prädestiniert dafür, mein Lieber. So, also, das wird super. Wie guckst du, ich sag den ganzen Bubs. Ja, sonst, also, musst du das nicht gucken, ich zieh dich da durch. Es geht ja auch, das ist ja der Witz, es geht nie um NXT. So, das ist ja, NXT ist ja schon eher, das ist ja, ich darf ihn, das ist ja, Qualität, da oben, mein Lieber. Qualität nach oben, und Qualität, und die Qualität, nicht nur die Qualität ist da oben, sondern auch unsere Stimmung. Es ist WrestleMania Woche, ist mir doch wurscht, was ihr davon haltet. So, schreibt jetzt in die Kommentare, warum diese WrestleMania Woche, die beste Woche des Jahres ist. Zumindest haben wir viel Output. Das ist gut. Ja, wir könnten endlich mal über was reden, was vielleicht irgendjemand hört. Super. Und ansonsten lasst ihr trotzdem auch Kommentare da bei den anderen Sachen, wie immer, und Daumen nach oben. Und ihr kennt den ganzen Bums. Abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen und hören uns ganz, ganz bald. Ich bin mir sicher, mein Lieber. Marcel geht jetzt schlafen, mit er mal eine Stunde geschlafen hat für diese Woche, reicht das dann aber auch. Und damit sind wir raus. Tschö mit OE! Bis zum nächsten Mal.